Am SC Sand, ich finde der SC Sand ist super familiär, die Leute hier sind super cool, man wird hier super aufgenommen, das findet man in der ersten Liga selten, muss ich sagen. Ja, der SC Sand ist sehr familiär und man hat eine riesen Unterstützung von den Fans und es hilft einem dabei, sich weiterzuentwickeln. Definitiv, das Sand ist für eine Familie. Ich bin das erste Jahr hier und das war das, was mir nicht am meisten aufgefallen ist. Ich liebe die Team-Spirit und die Zusammenhänge, die kleine Stadt und die Leute hier. Das ist toll. Es ist wirklich eine Familie und ich fühle mich sehr willkommen hier. Ich kenne wirklich sehr loud und kämpfe bis zum Ende. Mein Schrengst auf dem Spiel ist, ich bin wirklich ein Team-Spieler und ich reviewe auf dem Spiel, damit ich meine Team-Spieler kann. Ich denke, insbesondere auf meine Position-Spieler, meine größte Schrengst ist, dass ich viele Leute sehen, bevor ich meine Spieler sehen. Ich gebe ihnen die Weise, wo sie gehen müssen. Ich würde sagen, speed und die Spieler auf. Ich werde immer für meine Mitspielerinnen-Kampfe bis zum Ende des Spiels. Ich denke, das kann ich gar nicht so sehr klassifizieren, aber generell jeder Gegner, wo ich mich zeigen kann, wo das Team gut spielt, das passt. Ich mag eigentlich alle Gegner. Wichtig für mich ist es eigentlich immer nur, fokussiert zu sein und konzentriert zu sein bei jedem Spiel. Überhaupt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber nach Potsdam zu fahren ist schon immer sehr lang. Deswegen würde ich da eher sagen, behaupten. Also, ich mag es nicht so. Und Hoffenheim liegt mir in der Regel sehr gut. Also, ich mag niemand außer SC Sand. Ja, und ich mag SC Sand. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir die Top-Mannschaften spielen, weil dann können wir testen, wie gut wir sind. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, ich spiele eigentlich gegen jeden Gegner ganz gern, aber Wolfsburg mag ich eigentlich am liebsten, weil man kann eigentlich nur gewinnen gegen mich. Ich möchte mich gerne überall hinbeamen lassen, nicht nur zeitlich, also auch in die Gegenwart, sondern auch räumlich irgendwo nach Amerika oder anderen Ländern. Ich möchte mich gerne überall hinbeamen lassen, nicht nur zeitlich, also auch in die Gegenwart, sondern auch räumlich irgendwo nach Amerika oder anderen Ländern. Also, ich möchte mich sehr glücklich machen. Ich möchte mich sehr glücklich machen, weil ich in Fútball spiele. Und ich liebe es hier so viel. Und ich mag das Spiel spielen. Ich mag es bei der Familie zu sein, schön zu grillen, Eis zu essen und das reicht mir schon. Wenn ich Zeit mit der Familie flippen darf. Ich denke, dass ich Zeit in der Natur spende, besonders hier, die Mäste sind so großartig. Und ich möchte nur die neuen Pläne exploren. Ich spiele Fußball, ich spiele mit meiner Familie und Freunde. Ich spiele in zwei Jahren. Ja, da bin ich 23, 24. Ich hoffe, dass ich da dann ein viertes Jahr Bundesliga spiele und dann auch eine Vierungsspielerin bin. Genau. Still playing, hopefully. I really like the league as well, so hopefully here at Sam. I see myself at the World Cup with Nigeria. Auf jeden Fall habe ich da mein Bachelorstudium in Sportmanagement und vielleicht schon Master angefangen und noch weiterhin in der ersten Bundesliga. In zwei Jahren sehe ich mich in einem südländischen Verein hoffentlich, oder von mir aus auch in England. Am Meer wäre natürlich super, am Strand ist die Sonne und ja, das würde mich sehr freuen. SC Sand, meine Liebe, unser Leben ein für ein. Wir stürmen alle Tore und werden heute Sieger sein. Damit sind wir auch fast Mama mit ihm, und ich fühle dich ein, was es ist eine Zeit, was ich hier. Das war immer noch einmal. Bis zumalte. יצ�� in den Tag was. Ich bin auch schon in beden. Bis zumalte.